wir gucken heute ein wunderschönes video von pink stings germany ein recht kurzes video von zwei minuten 54 hat ganze 261 aufrufe wird trotzdem von euren gebühren geldern bzw zwangsgeldern bezahlt und zwar ist die folge kanel oder kann auch ahnung wie man das ausspricht fragt wann sind wir weiblich genug dass diese person ist glaube ich genau die richtige person die die frage beantworten kann wann wir weiblich genug sind und ich hoffe dass ich das irgendwie hinkriege die reaktion so zu gestalten dass das nicht die monetarisiert wird ich gebe mein bestes und ich bin gespannt ob das irgendwie möglich ist lassen wir mal die dame sprechen meine monobraue hat eine super power und zwar ist sie der perfekte arschloch filter falsch das ist er der filter darf zu dass man keinen attraktiven partner bekommt das hat nichts mit arschloch sein zu tun aber gut ja jeder so wie er gerne mag ja es gibt natürlich bestimmt auch irgendwelche männer die das voll toll finden wenn du eine monobraue hast und du darfst sie haben keiner würde dir absprechen dass du diese mono augenbraue haben darfst aber das ist halt so ein ding ich persönlich würde mich dann nie vor die kamera setzen und sagen ich bin trotzdem wunderschön habe es aber lass mich damit in ruhe lass mich mit deiner monobraue in ruhe spannend wird es ja immer erst wenn die leute zu mir sagen boah janelle wie machst du das eigentlich mit deinem selbstbewusstsein und die anderen dann kommen und meinen normal hast du damit kein problem du bist norm schön bis auf die paar haare vielleicht warum also was mich ohne witz mehr stört als das optische ist tatsächlich diese wallah ihr wisst schon die art und weise zu sprechen das nervt mich mehr als die optik warum zupfst du die nicht auch die paar haare wegen den paar haaren haben sie mir in der schule okay also du möchtest dich jetzt wieder darauf beziehen was in der schule passiert ist kleine kinder was sie gemacht haben kleine kinder stürzen sich immer noch auf alles offensichtliche was sie sehen wenn jemand mit einem nutella maul in die schule kommt weil er sich nicht den mund abgewischt hat nach dem frühstück dann piesacken die dem aufwägen des nutella mauls ja wenn du dir die nase putzt und popel an deiner nase hängen bleibt dann piesacken die dich auch deswegen wir gehen halt auf das offensichtliche begründe das ganze nicht mit deiner schulzeit vor allem gegen sich selbst ich war mein größter feind und wie habe ich nach außen reagiert ich habe extra viel make-up getragen richtig viel enge kleidung ausschnitte alles um der außenwelt und vor allem mir zu beweisen dass ich weiblich bin dieses ganze selbstbewusstsein damit werden wir nicht geboren früher habe ich mich für dates immer rasiert und dann war es mir voll peinlich als ich es mal vergessen habe bis mir jemand aber das das vergisst man nicht es tut mir sehr leid aber das vergisst man nicht also wie oft guckt man in den spiegel am tag ich würde behaupten immer wenn man auf toilette geht und sich die hände wäscht ja mindestens ich würde ich sage jetzt mal mindestens einmal am tag nachdem man geduscht hat mindestens das aller mindeste und das siehst du du guckst dir ins gesicht einfach nur das ist noch ganz normal ist dass man sich selber anschaut ja aber nur kurzer check okay ja passt ich sehe immer noch nicht so gut aus so kann ich rausgehen das vergisst du nicht du vergisst dir nicht diese mono augenbraue weg zu zupfen oder weg zu rasieren ja niemals mal gesagt hat du bist eine erwachsene frau kein kind natürlich hast du haare das ärgert mich heute was ich die bestätigung von außen gebraucht habe alle die jetzt sagen du musst nur dich selbst akzeptieren ja okay ihr habt recht aber vielleicht sind wir auch so gestrickt vielleicht brauchen wir das du weißt aber halt auch einfach dass du auffällst dass das eben nicht normal ist dass bei dem eine mono augenbraue hat ja und du kannst halt den leuten nicht einflößen was sie gut zu finden haben wenn ich das ist irgendeine zahl ja jetzt wenn 98 prozent der menschheit sagt das ist jetzt halt nicht schön eine mono augenbraue zu haben sondern ich fände es besser wenn du dir diesen bad da in der mitte weg zupfst ja das finde ich persönlich einfach ansehnlicher dann ist das deren meinung ja und dann ist diese diese 98 prozent ist dann halt eben nur mal der normal wert und du weißt dann davon ab dann macht jedoch keine irgendwelche vorwürfe aber lass uns doch in ruhe lass uns das doch einfach nicht schön finden wenn wir das nicht schön finden wollen ab und an mal hören dass wir okay sind so wie wir sind also lasst euch jetzt mal gesagt sein ja die meisten menschen haben körperbehaarung der körper denkt sich schon was dabei und vor allem sind sie nicht unhygienisch ganz im gegenteil sie schützen uns zum beispiel vor infektion sie sind teil unserer individualität wieso haben wir uns beigebracht dass wir da was an uns nicht mögen dann dann macht das doch einfach ist doch okay keine also die leute tun halt immer so als würde das verboten werden und übrigens diese diese augenbrauen sind dafür da dass dir soweit ich weiß dass dir schweiß nicht in die augen tropft ja wenn wenn quasi schweiß oder irgendwas von deiner von deinen ja von deinen haaren runter tropft runter fällt oder was auch immer sollen die augenbrauen schützend ja deswegen sind die auch so nach hinten ich sag jetzt mal gekämmt ja dass es dann quasi abläuft ja dass sie das nicht in die augen läuft sondern dass das abläuft ja und deswegen hat das in der mittag gar keinen sinn weil da kein auge ist verstehst du das ist eine nase also das hier in der mitte nennt man nase ist ich gibt ja auch gerne ein bisschen unterricht aber das ist immer nase ja ob da ein tropfen auf deiner nase kommt ist nicht schlimm ja das soll deine augen schützen und die sind hier deswegen hat das ja auch gar keinen sinn es ist völlig sinnlos und ich würde behaupten dass fast jeder mensch das ist ich weiß es nicht ich bin da jetzt kein experte aber fast jeder mensch hat doch so ein bisschen augenbrau auch in der mitte ja ich würde sagen dass meine einschätzung 90 prozent der menschen zupfen sich in der mitte da die paar haare weg ich auch ich finde das einfach bescheuert ich finde das sieht hässlich aus das ist meine meinung ich finde das sieht an mir hässlich aus deswegen zupfe ich mir ab und an auch mal zwei drei haare weg ich glaube das ist ganz normal und wenn du das nicht machen magst ja dann macht das nicht aber dann kommt damit klar dass das viele leute halt doof finden beziehungsweise nicht hübsch finden und wer bestimmt die grenze ab dem wievielten haar wir keine frau mehr sind oder noch kein richtiger mann das ist doch heteronormativer quatsch eine umfrage in den chat ja machen wir machen schnell eine umfrage aber nur auf youtube eben müsst ihr euch die augenbrauen in der mitte zupfen wichtig ist nur in der mitte ob ihr da irgendwelchen schönen form oder so reingebt ist völlig egal ja das interessiert nicht also wichtig ist nur ob ihr das in der mitte macht ja umfrage auf youtube wenn ihr wollt dann rein also irgendwas mit es ist normative kacke die gar nichts damit zu tun hat müssen wir nochmal anhören bestimmt die grenze ab dem wievielten haar wir keine frau mehr sind oder noch kein richtiger mann das hat nie einer von uns gesagt also wie kommt man denn auf diese idee also du bist der einzige mensch den ich jemals das hab hören sagen äh hab sagen hören der irgendwie sagt dass das dass man dich dann nicht als frau ansieht du bist der einzige mensch der sich darüber gedanken macht ich wäre niemals niemals würde ich hier hingehen und sagen ja du hast hier so ein paar nicht so schön aussehende haare in der mitte du bist keine frau also das bildest du dir halt selber ein dass das ist dein problem was du hast und sie unsere gedanken nicht damit rein die damit überhaupt gar nichts zu tun haben kein mensch macht sich über dich gedanken das ist doch heteronormativer quatsch heute weiß ich wir sind so viel mehr als der körper in dem wir stecken wir sind genauso weiblich wie wir uns fühlen punkt das ist halt auch wieder so ein ich habe halt keine lust mich groß um meine in anführungsstrichen schönheit zu kümmern ich bin ein bisschen faul und ich schiebe das alles auf die ganz schlimme gesellschaft und deswegen müsst ihr mich alle so toll finden wie ich bin ansonsten seid ihr halt einfach nur ja wie immer blöde rechtsextreme an manchen tagen da bin ich eher so jan statt janelle an andern bin ich eine femme fatale was ich glaube ich glaube einfach dass das eine relativ männliche frau ist weil sie sich halt auch einfach männlich gibt ich glaube das ist so eine typische wenn ich das jetzt sage wird das halt demonetarisiert aber kennt ihr den begriff assi braut ja also sowas habe habe ich persönlich wahrscheinlich immer so so assi braut genannt ja so eine die auf der straße rumläuft und so tut als wäre sie halt einfach ein kerl warum auch immer aber trotzdem würde ich dir nicht absprechen eine frau zu sein und ich würde behaupten fast jeder würde dir das nicht absprechen wollen du bedimmst dich halt einfach so ein bisschen ich glaube ich glaube du bedimmst dich halt einfach manchmal so ein bisschen assi sein körper weiblich macht und was body acceptance damit zu tun hat lest ihr jetzt in der schule gegen sexismus geil ja jawohl ja rein da ich glaube doch noch was ich bin nicht hier um dir zu gefallen und warum kommentierst du das hätte sie sich wenigstens wenn du dich vor die kamera setzt und sagst guck mal bruder ich habe eine mono augenbraue wenn du das doof findest dann bist du ein arschloch dann darf ich das tatsächlich auch kommentieren und wenn ich dann doofe kommentare abgebe dann sei mir das erlaubt dann setz dich nicht vor der kamera und drück uns wieder irgendwas auf genauso das habe ich schon hunderttausend mal gesagt du darfst dich auch über mich lustig machen und darfst auf meine sachen reagieren und dich darüber lustig machen ich setze mich da nicht hin und weine entweder ignoriere ich das oder ich argumentiere dich im grunden boden oder ich sage ja und hast recht wie auch immer aber ich werde mich nicht hinsetzen und sagen ja das macht er nur weil und dann ist es auch hier wegen der gesellschaft und alles ist toxisch und diskriminierend nein wenn du damit nicht klarkommst dass man irgendwelche kommentare über dich abgibt dann zeigt dich nicht in der öffentlichkeit bzw setzt sich nicht in der kamera vor die kamera und ja blubber halt irgendwas da rein die augenbrauen für wen denn für wen für dich damit du denkst die wird dich so hä nein genau da kommen wir wieder zu diesem arschlochfilter und wenn der jetzt da redest du mit dir selber also du das ist eine person das sind argumente die sie sich selber aus dem allerwertesten zieht und irgendjemanden auferlegt damit sie irgendwelche scheinargumente dann entgegenbringen kann sie redet mit sich selber also merkt ihr es gibt keine leute die sowas sagen sondern sie muss erst mal diese leute erfinden durch schon so wie pelt ist dass er gar nicht mit mir reden will super super toll mir brennt eine frage leben er brennt keine frage das war super ein richtig tolles video konsens ist mono augenbrauen sind toll lasst euch die mono augenbrauen wachsen die das ergebnis der umfrage ist übrigens überraschend für mich ausgefallen bin ich ehrlich ich habe es ein bisschen zu hoch angesetzt meine zahl von geschätzten 90 prozent die das wegzupfen müssen ist falsch 56 prozent sagen nein und 44 prozent sagen ja tatsächlich nur da bin ich sehr überrascht also bin ich auch unnormal ja laut umfrage bin ich unnormal weil ich mir in der mitte auch nicht viel aber mal hier so zwei drei dinger wegzupfen muss oder möchte also jetzt das finde ich nicht gut von euch ihr seid voll diskriminierend voll blöde menschen ja toll tolles video ich hätte gerne noch so ein video oder